heute bin ich auf dem weg zu unserem kleinen bumsweg und zwar habe ich am wochenende bin ich eingeladen worden zu einer veranstaltung wo ich ein bisschen stand fahren soll ich weiß das jetzt schon seit knapp einer woche aber ich bin seitdem noch nicht einmal wieder so richtig zum fahren gekommen weil andauernd irgendwas dazwischen gekommen ist und naja heute ist der erste tag wo wir so ein bisschen ein rufen werden um die tricks wie es hier vorne auf meiner polster ist meine tricklist zusammengeschrieben habe was ich dafür vorhabe weil die soll ungefähr so 15 minuten dauern das ist damit dann ungefähr hinhaut ich habe zwar der bei letzten videos auch mal so ein ab und zu ein bisschen willis rumgespielt aber halt immer nur standard willis und jetzt muss ich die ganzen anderen tricks erst mal ein bisschen wieder an lernen dass sie auch flüssig von der hand gehen und vor allem habe ich den reifensatz gewechselt ich werde die stollen jetzt demnächst austauschen müssen die ich gerade darauf habe und deswegen habe ich jetzt oder ich habe bei der veranstaltung auch vorhalt das war ein bisschen die reifen qualmen zu lassen und dann habe ich halt wie gesagt die reifen halt umgesteckt habe jetzt auch die verbreiterung ausgenommen und alles das ist so ein bisschen angepasst fahrwerk hochgefahren und muss mich jetzt erst mal an das neue setup hier so ein bisschen ein gerufen damit das nachher auch alles vernünftig läuft das ist auf jeden fall der grund warum ich jetzt heute hier unterwegs bin und mich auch die ganze zeit nur auf dem rumsweg umtreiben werde und nicht durch die gegend fahren werde aber da ich heute auch nicht ganz so viel zeit habe werde ich die kameras jetzt auch nicht irgendwie irgendwo hinstellen können dass man das alles so schön noch von außen filmen kann weil es ein relativ enges zeitfenster deswegen will ich einfach nur sag ich mal die liste so ein bisschen hoch und runter dass die ein bisschen kopf reinkommen wann welcher trick nach welchen kommt ein üben ich lasse die kamera so ein bisschen laufen werde aber glaube ich musik hinterlegen weil ich muss dazu jetzt gleich das visieren alles hoch machen weil das uns zu warm wird hier drunter und ich da nichts mehr sehe wegen dem nebel special effects gut nicht lange drum herum schnacken ich werde jetzt quasi den ton austauschen gegen musik die habe ich selber gesungen ehrlich und dann könnt ihr euch das ein bisschen angucken wenn er lust habt oder sie übernächste video an machen alles klar hau rein ok i really slow ok wie die slow roll gut hin side circle side一个 up 1 Hand, ween. Side, one hand. Okay, one feet. Okay, walk around, feet up, and now round, okay, das klappt auch, one feet easy, okay. Seed stand haben wir vorhin noch gar nicht gemacht. Okay, go, 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 go. Wow, wacky, wacky. Okay, go, go. Okay, go, 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 go. Okay, go, go. Okay, go. Okay, go, go. Untertitelung des ZDF, 2020 Whoa! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020